Ich orientiere mich einfach am DOJ, okay. Alles okay? Ja, da. Sir? Fahrzeug ist jetzt fürgeraden, Richmond. Frankrad vorbei. Ist alles in Ordnung? Alles gut. Haben Sie sich auf den Joystick gesetzt? Nee. Hey, sind alle dran geblieben, ne? Ja, eben. Ich fahr ja auch rein. Hier ist immer noch in Richtung Westen, also Westen wäre noch in Ordnung. Ja, freut sich ja. Aua, grüß dich! Hallo! Ja, die sind, die sind dead. Ist halt einfach weg, ne? Sollte hier nicht eine Leiter eigentlich sein, irgendwo vielleicht? Oder hier? Was ist noch wichtig? Wie wird denn noch? Der Auto fährt ja nicht mit Luft und Liebe. Der Fahrer da ist, oder wie? Jetzt will ich das schon genauer wissen. Da ist auch ein Zaun. Ah, hier. Ist keiner. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ist ja nicht so, dass da unten nicht eine Baustelleneinfahrt ist. Wo denn? Na egal. Achso, da kommst du aber auch? Ja. Eben. Na gut, hier wärst du vielleicht durch. Ja wohl, ne, da vorne ist ein bisschen eng. Er fährt halt ernsthaft jetzt dahin. Das ist einfach nur ein Blitz, okay? Das soll ein Blitz sein, ja. Aber der hängt so nach vorne weg. Der ist schlapp. Crocker Babes. Na schön wärs. Die einzigen Brüste sind Man-Boobs, da. Handschuhfach liegt's so ne. Dann kam nichts dagegen, wenn ich mich selber davon überzeuge, ja? Also hätten Sie sich rein, schauen Sie rein. Seh ich eigentlich mal in einem richtigen Auto, wissen Sie? Ah, cooler fired? Wenn ja, wenn denn jetzt so Springschlangen rauskommen, ne, das wär lustig. Vielleicht? Lesen Sie alles, was auf der Straße steht? Er ist selbstverständlich, dafür steht's ja da. Aber zu diesem ganzen Staub hier, kann man da auch mal sowas sprechen. Wenn du zum Beispiel jetzt Alkaide dabei hast, das sind zum Beispiel Drogenbestandteile. Nicht Alkaider, sondern Alkalide. Das ist so ein Depp. Entschuldigung. Tento? Die County 07 von Leitwelle. Ja, jetzt. County 07 von Leitwelle. Wir haben keinen Sex. Was will der? Nördlich vom Flugfeld Sandyshawks. Falsch. Code 1. Code 1 nördlich. Südlich vom Flugfeld Sandyshawks. Mann. Mann. Du mich wieder verunsichert. Tento hat sich gerade erledigt. Ja. Ich will doch den Poker vor wegen gehören. Ja. Was? Ich hab gesagt, ich will nicht gestört werden, wenn ich einpacke. Schöpfen. Ja bitte? Na bitte? Für sich aber doch Sheriff. Oh, okay. Okay. Kann man das Geld auch noch spielen? Das Spiel, ne? Wollen wir jetzt flexen? Oha. Was hast du vorhin rein? Achso. Achso. Streber. Was denn? Ich bin fett. Mach dich mal leicht. Nein. Zieh mal Bauch ein. Vielleicht sind wir dann schneller. Ich glaube nicht. Leg die Ohren an. Einmal kriegt er Blaine County alle Punkte und dann kriegt er nochmal Los Santos alle Punkte dazu. Ruhe. Das ist gar nicht gut. Ruhe. Ruhe. Danke. Kannst du jetzt denken, ich bin irgendwie blöd, nur weil ich mein Strafmaß grad selber erhöhe? Mhm. Äh. Ich komm sowieso in den Knast, also macht das bisschen jetzt auch nichts mehr weiter. Ich glaub nicht, dass das so ein bisschen wäre. Das war ein bisschen, ich aus der Zelle war die Sphäre. Also er hat gerade zwölf Automaten in Diebstständigkeit gegeben, ne? Und dann umarmt, bis du kotzt. Ich weiß, Banham, ich weiß. Wir haben eine neue Chance gekriegt. Vermasseln wir es nicht. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Wie? Wir sehen uns. Warum schickt es mich unter dieser... Achso, weil das eine Autostraße ist. Rennst du so doof vor dich hin? Was rennst du so doof vor dich hin? Was habt ihr zu essen? Wie? 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 Ich hätte mal was erwachlich bedroht. Ich brauch Hilfe. Hallo, 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 berühmt. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe, hallo. Wir haben doch Hilfe stehenbleiben jetzt. Bleiben sie doch mal stehen jetzt. mich festzunehmen. Hallo. Was denn für Hilfe? Wir sind doch da. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Der Typ in dem Jugendamt hat mich entführt und hat mich mit ner Waffe bedroht. Sie saßen noch vor und haben gesehen, wie sie als Mann in den Eingriff sind. Nein, nein, nein. Es gibt ja eine Person drin, die mit ner Waffe bedroht hat. Ja, man muss doch mit Leuten ein bisschen älter sein, ne? Bitte was? Ich bin doch nicht mal 30, hören Sie mal. Ich hab nicht gesagt, dass sie hässlich sind, ich hab nur gesagt, dass sie alt aussieht. So viel besser. Ja, alte Menschen können auch hübsch sein. Du redest doch, oder? Achtung. Hallo? Ja, leider. Hallo, sehr geehrte Kollegen. Du bist nicht so nah ran, bitte. Es ist nichts zum Essen. Ich muss das noch ein bisschen üben. Das ist kein Lolli. Hallo? Ja, so ein Mittelding, Dummi. Bisschen tiefer noch, Dummchen. Wahrscheinlich in den Kanälen gleich wieder. Richtig. Wir müssen leichten. Nee, aber ich mach den, Moment, ich mach's so weiter. Stell dir vor, du hast drei Beamten drin. Die sind alle am Weg und der Chef fährt vorbei. Was macht ihr? Wir müssen leichter werden. Was machen Sie da? Gewichtsreduktion. Da noch ne... Äh... Ist äh... FAB noch im PD? Äh... Vor im PD. Äh... Dann einer von euch, der was kommt, dann nochmal rein. Ein Parkplatz gegenüber von der Abschleppstelle. Dings, Dumms. Ohohohoho. Ja. Hahaha. 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 Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir Steilkappen machen. Ich hab ihn zu beherrschen, einfach. Hahaha. Hahaha. Ey, das ist so wild, ne? Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab das jetzt. 1 vor 3. Ich hab meine... Ich hab meine... Kops und ihr seid gar kein Problem, wir hören noch lange zu. Hahaha. Hahaha. Ja, ich sag mal, ich sag mal so. 1... 1 zu 0, ja? Du musst halt nur bedenken, wenn's im Kopf länger dauert, werden halt die Servicegebühren für's Gespräch natürlich hören, ne? Hahaha. Hahaha. Das waren dann Leute, die wurden dann ausgewählt, egal welchen Rang ist, die haben dann die MP bekommen aufgrund... Wow! Psch. 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 Hahaha. Meins. 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 Ich hab gesagt Achtung Fauna, musst du zuhören. Das sieht erstmal gut aus. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Verstehe. Mein Kühler pfeift. Bitte. 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 Eins C. Machi machi. Ein Heifen. Achter oben. Nee, danke. Sie kacken jetzt aber nicht dem Nachbarn den Kamin, ne? Das ist mein Haus. Ach so. Ja, da können sie kacken, wo sie wollen, ne? Richtig. Haben sie Kopfpapier? Nee. Warte mal, das war eigentlich, war das vielleicht sogar 16 zu 9. Das war sogar richtig gefilmt. Aber man hat's oben nochmal verlängert, damit's auf einen scheiß Handyscreen passt. Und dann hat man's nochmal geklaut und hat's dann an den Seiten nochmal verlängert. Dieses... Dieses beschissene Hochkantfilm muss aufhören. Ein Handy hat man so zum Halten zum Filmen. Nicht so. Wie jeder Affe. So werden Filme gemacht. Gsch. Wie oft willst du den Ende-Joke noch bringen? So lange, bis ich keine Lust mehr drauf habe. Hasen von 3.